Hi Leute, heute geht es darum, warum ein Business eine riesige Möglichkeit ist, die Welt zu verändern. Und drei gute Gründe dafür. Also heute möchte ich mal über ein Thema reden, das bei vielen bewussteren Leuten vielleicht ein bisschen in Verruf ist. Oder bei vielen, die die Welt retten möchten. Und da ist Business und Welt retten oder einen Einfluss haben auf Menschen, oft einen Widerspruch. Und ich möchte heute viel mehr mal darauf eingehen, was für eine riesen Möglichkeit es heutzutage ist, dass die Welt wieder, beziehungsweise schon fast komplett von Businessleuten kontrolliert wird. Was für eine riesen Möglichkeit da drin steckt. Und das ist für manche vielleicht, ja, ein bisschen, wie gesagt, widersprüchlich. Aber, denkt mal drüber nach, in der Vergangenheit war es so. Also, die Leute, die Macht hatten, waren Regierungen, waren religiöse Führer. Christentum hier, katholische Kirche oder andere Religionen in anderen Ländern. Das waren die Führer, das waren die, die gesagt haben, was gemacht wird. Und heutzutage verschwimmen diese Grenzen immer mehr. Den Einfluss, den die Politik hat, ist nur noch sehr gering. Und den meisten Einfluss hat die Wirtschaft, hat Unternehmen, hat ein Business heutzutage. Das ist das, wo Einfluss auf die Welt hat. Und durch Business wird heutzutage die Welt kontrolliert. Wir haben Einfluss auf die Masse. Was die Masse der Menschen macht. Und da drin liegt eine Riesenmöglichkeit. So, wenn irgendwelche religiösen Führer an der Macht waren, mit denen konntest du nicht drüber reden, was einfach nicht mit ihren Annahmen konform ging. Du konntest nicht über Dinge reden, wie zum Beispiel Gleichberechtigung für Frauen in manchen Zeiten. Man denkt dann nur mal an die Hexenverbrennung oder irgendwas. Oder solche Dinge. Und mit solchen Führern konntest du nicht reden. Da waren diese Prinzipien, und die haben nicht auf Erfahrung beruht, sondern auf irgendeinem Glaubenssatz, dass da irgendwie nach dem Tod man in den Himmel kommt oder dass da irgendwo ein Gott ist, der irgendwas sagt. Auf irgendwelchen Annahmen, die sie nie selber erfahren haben. Sondern es war einfach nur reiner Glaube. Und mit solchen Führern, mit solchen Menschen, die Einfluss hatten, konntest du nicht reden. Genauso Politiker. Gewisse Dinge konnten sie nicht sagen, weil Politiker als Politiker an der Macht waren. Heutzutage sind sie vielleicht noch an der Macht, aber sie steuern nur recht wenige Dinge. Der Haupteinfluss ist heutzutage die Wirtschaft. Und die Politiker machen das, wo Geld da ist. Und wenn jemand an der Macht ist, ist es meistens so, dass Dinge passieren, die einfach konform sind mit gewissen Interessen von Unternehmen. So, und jetzt kann man darüber schimpfen. Oder man kann es als Riesenchance sehen. Dieser Wechsel heutzutage dahingehend, dass jetzt Unternehmen, Businessleute die Welt regieren, immer mehr oder schon zum größten Teil, ist in drei Punkten eine Riesenmöglichkeit. Erstens, wie gesagt, mit Leuten, die Business machen, kannst du reden. Solange es Sinn macht und profitabel ist dabei, hat der nichts dagegen, was zu ändern. Wenn er ein Business aufziehen kann, das ökologisch ist, das nachhaltig ist und gut ist für die Welt und das Leben auf diesem Planeten einfach erhält, dass wir hier weiterhin leben können und dass die Erde dann nicht in 50 Jahren kaputt ist, wenn man so ein Business führt und es dabei profitabel ist und Geld einbringt, dann kannst du mit solchen Leuten reden und die sind da jederzeit bereit dazu. Es muss nur profitabel sein. Das ist der einzige Punkt. Mach ein Business, das profitabel ist und gut für die Umwelt ist. Mit Leuten kannst du reden. Jemand, der seine Ideologie hat, der seine Glaubenssätze hat, wie ein religiöser Führer oder der Wahlen gewinnen muss, wie ein Politiker, mit dem brauchst du über sowas nicht reden. Ein Politiker, der macht das, was kurzfristig vielleicht mal schön ist, um eine Wahl zu gewinnen, aber längerfristig nicht gut für die Bevölkerung ist. Aber mit Unternehmen, mit Businessleuten kannst du reden und die sind länger an der Macht als nur fünf Jahre. Wenn Politiker 10, 20 Jahre an der Macht wären, dann könnten sie vielleicht was ändern. Aber so, in so einer kurzen Periode, wo es dann wieder nur darum geht, die nächste Wahl zu gewinnen, kannst du nicht viel verändern. Und Unternehmen, Businessleute lassen damit sich reden und jeder kann das werden. Das ist der erste gute Grund, warum das eine Riesenmöglichkeit ist in diesen Machtwandel. Das Business, die Welt regiert, ist das eine Riesenmöglichkeit, dass du mit diesen Leuten reden kannst. Und es sind auch keine Leute, die unglücklich durchs Leben laufen wollen. Wenn die sehen, hey, ich werde glücklich dadurch, ich bin besser, stabiler im Leben und kann mit Glück erfolgreich sein, dann ist es auch wieder ein richtiges Signal, das wir an die Kinder weitergeben. Welches Kind will denn auch erfolgreich werden, wenn du siehst, dass irgendjemand mit einem Gesicht rumläuft, eine Million auf dem Konto hat und sich dann umbringt, weil er depressiv ist. Und die meisten Menschen, die heutzutage Geld haben, sind depressiv, wie die meisten Menschen sowieso heutzutage, weil sie sich nicht mit sich auseinandersetzen, bereit sind, Dinge zu verändern. Und wenn jemand gewisse Dinge ändert, merkt, was das mit ihm macht, dann ist er bereit, sowas in sein Unternehmen mit einzubringen. Und das ist ein Riesenansatzpunkt, eine Riesenmöglichkeit heutzutage. Und eine Riesenmöglichkeit ist es auch, einfach selber ein Business zu starten, das in diese Richtung geht und dadurch einen Wandel hervorzurufen. Und der zweite Punkt, der zweite gute Grund, einen Business zu starten, beziehungsweise was für diesen Machtwandel spricht, was daran eine Riesenmöglichkeit ist, Die zweite Riesenmöglichkeit da dran ist, dass die Welt dadurch wieder zusammenrückt, weil die Grenzen verschwimmen. Unternehmen möchten, wenn sie ein Produkt haben, möglichst viele Leute erreichen. Und dem Unternehmen ist es egal, ob da jetzt die deutsche Grenze ist oder nicht. Ein Unternehmen sieht, hey, da ist ein Markt und möchte den Leuten auch helfen. Und da sind die Grenzen egal. Das heißt, durch Business vereint sich die Welt wieder. Die Grenzen verschwimmen. Es ist kein Problem mit einem Businessmanager, wenn der seine Produkte auch in Japan verkaufen möchte. Der hat kein Problem damit. Der möchte, dass da sichere Regelungen sind, eine klare Regelung, dass da kein Krieg stattfindet. Der hat da kein Interesse da dran an Krieg. Der hat kein Interesse da dran mit irgendeinem Land Krieg zu führen, indem er seine Produkte verkauft. Das muss einem auch klar werden. Und das ist auch eine Riesenmöglichkeit. Und dadurch können ganz andere Verbindungen stattfinden. Und auch die Politik, wie gesagt, die wird dann entsprechende Regelungen treffen, dass eine Sicherheit gewährleistet ist für Handelsabkommen und so weiter. Nur ein Land, wo die Unternehmen gut laufen, ist auch vom Staat her stabil und kann gut und sicher laufen. Und der Erfolg von der Nation ist heutzutage am größten vom Erfolg der Unternehmen abhängig. Und wenn die Unternehmen Interessen daran haben, ihre Produkte auch im Ausland zu verkaufen, dann werden dementsprechende Vereinbarungen getroffen. Und das ist eine Riesenmöglichkeit, da sinnvollere Vereinbarungen zu treffen. Und dann hat auch keiner mehr Interesse dran, irgendwo Krieg anzufangen. Und es geht einfach nur noch darum, sinnvolle Regelungen zu schaffen. Dafür ist dann wiederum die Politik wichtig, gesunde Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber dazu ist auch ein Wandel in Bewusstsein von jedem Einzelnen nötig. Aber das ist heutzutage die Möglichkeit. So, wenn das Bewusstsein nicht stimmt, was jetzt der dritte Punkt ist, das Bewusstsein muss entwickelt werden. Ich hatte es ja schon angesprochen, ein Manager, der ist auch dazu bereit, sein Bewusstsein und sein Wohlgefühl zu erweitern, der ist immer daran interessiert, sich zu entwickeln. Und wenn er effektiver arbeiten kann, dadurch, dass er bewusster wird, dann ist es für ihn auch sinnvoll. Und das bringt er wiederum in sein Unternehmen ein, was Einfluss auf tausende Millionen von Menschen hat. und darum geht es, das Bewusstsein zu schaffen, dass Leute, die Business haben, bewusst sind. Das ist das Allerwichtigste. Das System ist gar nicht so wichtig, auch wenn man sich mal zum Beispiel eine Diktatur anschaut. eine Diktatur, wenn es ein intelligenter, warmherziger Mensch ist, der das Beste für sein, für die Menschheit, für den Planeten hier erreichen möchte und diese Bewusstheit hat, dann ist eine Diktatur auch in Ordnung. das System ist nicht so wichtig. Wenn die Bewusstheit bei den Menschen, die das System ausüben, nicht da ist, dann ist auch eine Demokratie überflüssig. Auch eine Demokratie bringt dich nicht weiter, wenn die Menschen unbewusst sind. Wenn du unbewusste Menschen hast, entscheiden die genauso falsch. Dann entscheiden sie falsch, demokratisch. bringt auch nichts. Es geht nichts darum, das Bewusstsein zu entwickeln, dass sich jedes einzelne Individuum weiterentwickelt. Und dann können gute Entscheidungen getroffen werden, mit egal welchem System. Aber man braucht das System nicht zu ändern. Das System ist jetzt nun mal da und das System zu verändern ist mehr Aufwand als die Leute. Und es ist viel wichtiger, das Bewusstsein der Menschen zu verändern als das System. Wenn die Bewusstheit da ist bei jedem Einzelnen, wie gesagt, selbst wenn es eine Diktatur ist, wenn es ein König oder ein König oder ein König, ein barmherziger König, der intelligent ist und Bewusstsein hat, kann besser sein als eine Demokratie mit einer unbewussten Masse. Wir müssen wieder schauen, Individuen zu werden und jeder muss dabei sich selber anfangen, die die Welt bereichern, die ein höheres Bewusstsein entwickeln. Das ist der einzige Weg. Sich selbst zu verändern ist der einzige Weg, die Welt zu verändern. Wenn du dich veränderst, dann verändert sich alles, dieser Spruch. Ich habe auch schon mal ein Video darüber gemacht, es steckt so viel Wahrheit drin, schau dich das Video mal an. Wenn du dich veränderst, verändert sich alles. Aber das war es jetzt noch so weit in dem Video. Am Ende werde ich jetzt ein bisschen abgeschweift, aber es war wichtig, da auch noch mal drauf einzugehen, damit ihr das vielleicht besser nachvollziehen könnt. Ja, und das war es ansonsten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020